Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Astronia, meine Let's Play Season 2. Wir sind in Folge 40, Episode 40 und ich bin in der letzten Folge gestrandet. Anders kann man es nicht sagen. Oh, ist das denn? Das ist da so ein Baller-Ding hier. Ich will mich umbringen. Kann ich das schon wegnehmen? Ne. Wieso kann ich das nicht wegnehmen? Jetzt. Gestrandet. Das heißt, wir beginnen jetzt an einem Punkt, an dem wir niemals beginnen wollten, nochmal beginnen wollten. Auf einem fremden Planeten, von dem wir noch nicht mal, ich weiß es wirklich nicht, genau wissen. Was er uns zu geben hat. Und das, was wir brauchen, ist tatsächlich in allerersten Linie alles. Also wirklich alles. Ich brauche jetzt erstmal Hartz und Gemisch. Beide sind wichtig. Ich muss mir einen Drucker bauen. Ich muss mir einen kleinen Drucker bauen. Das heißt, ein Gemisch auf jeden Fall. Den kann ich auch auf den Boden stellen und hier anschließen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe eine größere Stromquelle gefunden, glücklicherweise. Aber, ja, ich komme trotzdem nicht weg ohne Aluminium. Und ich brauche eine Feststoffdüse. Und die Feststoffdüse setzt sich zusammen aus. Ne, das weiß ich nicht. Wo ist sie denn? Hä? Das ist die erste unter zwei zu finden. Da ist sie. Ich brauche ein Aluminium und ein Ammonium. Ammonium habe ich glücklicherweise von anderen Planeten jede Menge mitgenommen. Das heißt, da liegt genug. Aber eben kein Aluminium. Und Aluminium ist tatsächlich echt nicht so einfach wahrscheinlich. Außer ich habe jetzt Glück und ich finde irgendein so ein abgestürztes Raumschiff oder so. Dann würde ich sagen, juhu. Ich finde hier Forschungsgegenstände, die mir aber jetzt echt nicht viel bringen. Ich brauche Aluminium. Das Problem ist, wenn ich den Rohstoff für Aluminium finde, habe ich auch nichts gewonnen. Weil, dann bräuchte ich eine Schmelze. Und Schmelze bedeutet viele weitere Dinge, die ich vorher bauen muss. So, ich muss zurück. Und zwar dringend. Ich habe immerhin ein bisschen davon gefunden. Ich werde mir mal eins aufheben. Für den Fall, dass ich mir einen Sauerstoffgedöns machen muss. Also, dass wir einen Sauerstoff... Hier geht es irgendwie runter. Irgendwo reinfallen ist ganz blöd in dieser Situation. Das sage ich mal direkt, wie es ist. Denn mein Leben wird dadurch nicht besser und verlängert, sage ich mal. Also, jede Menge Forschungsgegenstände habe ich schon mal, falls ich also zufälligerweise Verpacker finde. Grafitt heißt das, glaube ich dann. Das Blöde ist, ich habe echt... Was ist das denn? Keine Ahnung. Es ist ein auch unbekannter Planet. Ich war tatsächlich noch nie auf diesem... Da wäre noch mehr Ammonium. Also, Ammonium wäre kein Problem. Er bringt mir aber jetzt hier gerade gar nichts. Gemisch wäre jetzt super. Damit ich den Drucker bauen kann, sehe ich aber keins. Hier sehe ich noch so ein Forschungsgegenstand. Den nehme ich gleich mal noch mit. Ich schmeiße die alle mal da unten rein. Damit die nicht verloren gehen. Häufig hat man das Glück, dass das Gemisch manchmal nahe ist. Man findet es bloß nicht gleich, weil man blind ist. Da hinten... Das... Ne, da war ich schon. Den habe ich schon ausgebeutet. Ja, genau. Da habe ich den... Moment, was liegt da drunter? Schutt. Ist das beide Schutt? Ja. Oh, Jesus. Keine zusätzliche Beleuchtung. Nichts. Das ist so richtig, richtig mal richtig tief reingegriffen irgendwo. Und dann ist die Sonne auch noch so lange weg hier. Das ist ja echt furchtbar. Wir gehen mal hier den Berg hoch. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, was gemischt sein könnte. Nichts. Verdammt, da Mist, ey. Kann ich eigentlich die Strippe nicht auch vom Dings auslegen? Ne, kann ich nicht. Schade. Verbindet sich logischerweise eigentlich nicht. Macht eigentlich auch Sinn, dass sich das nicht verbindet. Hier war ich aber noch nicht. Schutt. Das ist wieder so eine böse Pflanze. Sehr gut. Dann nehmen wir den auch noch mit. Also, Forschungsgegenstände habe ich genug. Da liegen viele rum. Trägt mir aber nichts. Kann ich die eigentlich da draufstecken? Ne, schade. Ich habe noch nicht mal gemischt gefunden. Ey, es ist ja echt jämmerlich. Stachlerpflanzen. Das ist so der Moment, wo du dich echt ärgerst. Da denkst du, warum habe ich da drauf gedrückt. Warum habe ich es nicht weh, es ist erst zu Ende gelesen, was das für ein Planet ist, auf den ich da fliege. Okay, dann nehme ich ein bisschen Harz mit. Oh Gott. Oh Gott. Komm, mach schneller. Da kann ich mir ein bisschen weiter durch rumlaufen. Oh, die sieht aber auch nicht ungefährlich aus, die Pflanze. Jetzt denke ich mir, die wollen einen direkt fressen. Es muss doch Gebüsch hier geben. Irgendwo. Sag mal, was gibt es doch nicht. Wie ist das möglich? Kein Gemisch? Ich sage mal. Das ist unfassbar. Shit. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Aluminium beispielsweise. Dann bräuchte ich bloß einen kleinen Drucker. Gemisch. Ich erwähne es ungern, aber ohne Gemisch. Diese Riesenpflanzen machen mir echt Angst. Oh. Und sie machen mir zu Recht Angst. Das hörte sich nach einer großen Kugel an. Ich muss jetzt mal unter die Erde. Also, hier war doch irgendwo ein Abgang. Nee, den möchte ich auf keinen Fall hier pflanzen. Strom habe ich jetzt hier ein bisschen was mit. Eine Energiezelle nehme ich auch noch mit. Das ist auf jeden Fall nicht unnütz. Und ich würde sagen, ich mache mir mal gleich noch so ein Sauerstoff-Dings da. Achso, das war die Hülle. Die war jetzt nicht der Rede wert. Hatte ich. Ach, das war die, ne? Oh ja. Ich hoffe jetzt einfach. Zufällig Gemisch finden. Na, ich meine, manchmal ist das... Also, manchmal hat man dieses Glück. Oh ja. Manchmal aber auch nicht. Das ist hell. Vielleicht sehe ich jetzt ein bisschen mehr. Da hinten ist ein Raumschiff. Kein Sauerstoff-Filter mehr. Ist jetzt mal wurscht. Ich hoffe, dass es jetzt einfach gut geht. Oh ja, es geht nicht gut. Okay. Ich hole mir dann doch alles für einen Sauerstoff-Filter. Noch einen neuen. Herz habe ich ja noch. Hatte da irgendwas nach mir geschlossen, oder? Nehmen noch eine Batterie mit. Bauen wir einen Sauerstoff-Filter. Und los geht's. Hat wieder irgendwas nach mir geschossen, glaube ich. Keine Ahnung was. Ist jetzt auch wurscht. So, ich habe noch genug für einen weiteren Sauerstoff-Filter. Reicht also auf jeden Fall, um dort hinzukommen. Und hoffentlich auch wieder zurück. Und vorbei an den ganzen gefährlichen, schießenden Pflanzen. Oh bitte, lass hier irgendwo Aluminium drin sein. Ne. Hallo. Hier haben wir auch noch was. Platterit ist doch Aluminium, oder? Also, bloß ein Schmelze. Das ist doch machbar. Trotzdem wäre Gemisch super. Ich habe noch echt kein Gemischfeld gesehen. Ey, das gibt es doch gar nicht. Das wird echt schwierig, ey. Das wird echt schwierig. Na. Hallo. Das stimmt gerade überhaupt nicht. So. Da ist eine Höhle. Die hole ich mir nachher mal genauer. Jetzt muss ich aber ganz schnell zurück. Ich hätte, glaube ich, zwar noch etwas, um einen Ding ins Herz zu stellen. Also, ich habe Hämatet und ich habe Latterit. Ich habe beides. Und Helium. Ja. Gut. Und Keramik. Auch super. Aber es nützt mir echt null. Null ohne Gemisch. Das ist verrückt. Wieso wächsten die da eigentlich an der frischen Luft hier? Das grafisch wahrscheinlich wächst die auf diesem Ding hier. Und hat sich ein bisschen ver... Ich will die loswerden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ich laufe unten durch. Und sie macht mir trotzdem Schaden. Oh. So. Forschungsgegenstand. Den kann ich direkt scannen. Eigentlich müsste es auch hier gehen. So. Ich brauche echt dringend Gemisch. Es ist doch nicht wahr, ey, dass man kein Gemisch findet in der Nähe. Ja, das ist doch ganz ungewöhnlich. Ich brauche echt dringend Gemisch. Meine Güte. Oh, das ist schon wieder so eine Ballerpflanze. Das ist noch so eine Ballerpflanze. Forschungsobjekt. Ich will aber doch nichts weiter als Gemisch, Leute. Was ist das denn so schwer zu verstehen? Dann nehme ich das halt mal mit. Das ist ein grausamer Zustand, den ich momentan nicht weiß. Ohne Gemisch. Wie ich den? Ohne Gemisch. Keine Chance, ne? Ja, werde ich von diesem Planeten wieder runterkommen? Das ist die Frage, die es sich mir gerade stellt. Oder werden wir den Rest von diesem Let's Play auf diesem Planeten hier verbringen? All das werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge schon sehen. Oder in der Folge drauf. Oder in der übernächsten Folge. Wer weiß. Denn ich glaube, ich habe mich hier für eine längere Zeit festgesetzt. Aber das gehört zur Astronie dazu. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.